So und herzlich Willkommen wieder zurück hier in den USA bei Let's Play OMSI 2. Wir sind hier wieder ganz live am Start in Chicago, Downtown. Und weil das ja ganz schwer hier ist, auch mit dem Bus starten, das habe ich mir heute mal tatkräftige Unterstützung mit ins Boot geholt. Und zwar haben wir nämlich am anderen Ende der Leitung den... Wie hast du dich eben nochmal genannt gehabt? Äh, wie heiße ich denn nochmal? Hast du dich die Johnson genannt oder irgendwie sowas? Äh, keine Ahnung, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich glaube schon. Ja. Ähm, aber ins Boot genommen. Ich dachte mir vor dem Bus. Ich, was ich, ich dachte mir, sag ich lieber ins, äh, ins, äh, ins Bus, genau. Ins Bus. Ich wollte eigentlich sagen, ich dachte eigentlich, ich könnte jetzt auch sagen, im Bus, aber ins Boot hat halt irgendwie schon besser gepasst. Ich habe mal die Klappen geschlossen, es sieht nämlich nach Regen aus. Ne, deine Klappe sollte, so wenn es geht, jetzt nicht schließen. Ne, ne, nicht die Klappe, die anderen Klappen hier. Ach, die andere Lupe. Ich finde auch komisch, dass der Bus nur zwei Türen hat, ehrlich gesagt. Also wir fahren heute die Linie, äh, 130 von, wohin, von, von wo nach wo noch mal? Äh, nach, äh, weiße nicht. Nichts zu ärgern. Nach Adolf, weiß ich, Klapps, wohin? Ich, nach Adolf für Territor, oder? Nein, ich habe den Nordrhein-Gang gleich, oh Gott, ich kann mir alles vergessen, ich habe den Nordrhein-Gang. Kann ich jetzt meine, mein Fahrplan sehen. Warte mal. Äh, also wir sind gerade an der Oggi. Komm, 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 bitte, funktioniert. So. Ich hoffe, jetzt fährt er wieder. Also, neun, sechs, neun, eins. So. Jetzt habe ich nicht eingeloggt, jetzt müsste der anspringen. Ja, der Bus fährt wieder, gut. Ich habe mal schon fertig gemacht, übrigens. Das ist ja schön. Also, ich habe ihm ein paar Schläge gegeben, da habe ich ihn fertig gemacht. Ja, also, anders geht es halt auch nicht. Ja, das ist echt ein... Boah, das ist ganz schlimm. Mit dem Bus fährt wieder. Nico, wusstest du übrigens, dass der Blinker unten links ist, neben dem Pedal? Ja, das ist der Blinker. Ja, ich weiß. Das wird sich, ne? Da muss der Busfahrer mal bei den Füßen drauf drehen. Was wolltest du sagen, Tim? Ich habe eine Warnmeldung, da steht Neil. Kannst du mir mal ganz los helfen? Neil? Neil? So am Fluss, ne? Ja, nicht Armstrong, sondern hier Neil, sind davon absenken. Ja. Und? Die Karre will nicht losfahren. Ja, dann senkt sie wieder hoch. Wie? Nee, du brauchst gar nicht, glaube ich gar nicht absenken oder hochsenken. Ja, nee, aber ich habe gar nichts gemacht und er hat dieses Problem... Ist die Haltestellenbremse noch drin, ist da so ein S vorne, so ein rotes S, das leuchtet? Naja, das S ist jetzt... Jetzt ist es wieder, was habe ich jetzt wieder gemacht? Ja, ich habe keine Ahnung, mach nochmal die Türen auf und zu. Ich habe jetzt hier ein P stehen. So, pass auf, jetzt mach... Das ist die Haltestellenbremse. Ja, aber ich... Ja, nee, nee, die andere Bremse, die Parkbremse. Ja, aber wenn ich hier rumfuchtel, dann ändert sich der Status gar nicht. Hast du die Parkbremse weggeschmissen? Nee, die ist noch im Bus, aber ich habe die gelöst, im Prinzip. Ja, das meinte ich. Nur was ist denn da jetzt vorne, leuchtet da vorne, ne? Da ist das P, aber ich fasse nicht weg. Ja, dann mach doch mal die Bremse fest. Ja, einfach jetzt... Jetzt fährt er langsam los. Ich fahr auch schon los, gerade. Äh, was ist das jetzt für ein Idiot? Oh, diese Kackamerikaner. Hilf mir jetzt, jetzt geht's hier richtig, aber das ist aber ein Idiot. Ich fahr hier auf der rechten Spur, wenn mich links reindringen und was macht der Typ, der gibt einfach Kass und lässt mich überhaupt nicht an. Pass auf, äh, Scheiße, kann das sein, dass die erste Haltestellen und nicht da, als wo wir gespawnt sind? Äh, doch. Äh, doch. Jetzt bin ich bei Clinton and Maddison. Äh, ich habe übrigens keine Haltestellen ansagen, weil... Hello, darling. Ich weiß nicht, das geht, das habe ich mir eben nicht aufgeschrieben, wie es auf dem Lauf hieß. Wie geht denn das? Ach so. Oh nein. Ach, Mann. Ne, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also bis dann, bei Clinton and Maddison. Ja, ich fahr jetzt weiter. Was auch. Was auch. Ich hatte mein Kollege die Fahrgäste weggeschnappt. Was ist ein Kollege? Dann war ich das wohl. Das war gerade noch so eine... Und der Registierung war ich sehr egal, dass du ein Auto draufgefahren. Oh, ich habe doch Haltestellen ansagen, oder? Kannst du mal ganz kurz den Zuschauern sagen, wie dein Name war? Äh, wie heiße ich denn nochmal? Johnson oder so? Äh, D-Dyden. Normal. Ja, ich habe schon. Verstanden. Niko. Gamer spielen. Das hat man nämlich eben als vergessen. Ja, natürlich mal. Ich wusste auch, wo du gesagt hast, den Zuschauern, wusste ja natürlich, dass sie das hier so sagen. Also, ich gucke, kannst du mir irgendwie mal helfen? Ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Ich finde jetzt nicht mehr raus, wie dieser Fahrplan genau hieß. Günter. Ach, Mann. Ja, ich weiß doch auch nicht. Man, ich wüsste es doch auch aus. So, jetzt habe ich meinen Kollegen überholt jetzt. Ich bin bei Clinton and Monroe. Äh, was ist denn hier gerade los? Das sind aber auch Haltestellen namen. Clinton und bla bla bla, Clinton und bla bla bla. Ich habe auch nichts geschildert, irgendwas Falsches, aber die Leute steigen trotzdem ein. Halt. Mehr hat ab 29. das genommen, ne? Dieser Bus ist so wahnsinnig leise. Halt. K091. 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 Gibt das mal als Run. Ich hoffe, das funktioniert. K091. Ich krachbestimmt jetzt ins Auto. Ah, A schildern und B... Aller vierten Fahrplan. Ansagen, der Klober. Äh, schildern tut er denn nix. Ich muss bestimmt noch was bei der Linie eingeben, oder? Ne, das reicht, wenn du bei Runcard darfst. Das komisch ist, dass Ibis ist verpackt bei mir, aber das scheint möglicherweise zu funktionieren. Sicher, dass du das nicht in der Mikrowelle wahr machst. Was, Ibis? Ja, ne, weil du hast gesagt, verpackt, also backen, ofen. Ne. Schon eher im Ofen, weil ich meine ja backen. Ähm, ne, ne, aber ich muss bei der Linie noch was reinhauen. 130 vielleicht? Äh, nein, bei mir geht das so. 92 sagst du. Äh, K092. 092. Hab ich. Error. Bist du sicher, dass es K091 war? K091. 1, vorhin war es noch 2. Hab ich gerade 2 gesagt? Ja, du musst es sich, ich habe die Mensis, äh. Ich merke es sind. Hey, der hat GPS. Was soll mir das sagen? Jetzt sag mir nicht, dass er GPS hat. Okay, ich fahre weiter, ist mir jetzt auch alles egal. Äh, komm, warte mal. Äh, ich habe gerade ein Problem und zwar, habe ich keine Fahrgäste, lieber, äh, äh. Gunther. Ansonsten. Ähm, ich habe ein anderes Problem, ich habe Fahrgäste. Halt, jetzt, jetzt kriege ich Fahrgäste. Ja, 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 das ist aber richtig geil. Es kann aber auch ein Vorteil sein, keine Fahrgäste zu holen. Äh, ich muss jetzt aufpassen, nicht, dass ich dich nur noch Johnson nenne, weil es kann sein, dass er sich das jetzt so in meinem Kopf eingeräbt, dass ich dann wahrscheinlich so nenne, also deswegen immer vorsichtig sein. Ah, der macht Ansagen. Jetzt kann man mir gerade auch die ersten. Ne, warte, ich glaube, ich heiße nicht Johnson, ich glaube, ich heiße Jackson, oder nicht? Entschuldigung, Plex. Wir fahren übrigens heute, das sei jetzt noch dazu gesagt, in den 40-Fuß-Bus, also im Solo-Bus. Ich fahre im 60er. Achso, was bist du denn hier für einer? Ja, ich hab einfach den Bus von den anderen, weil ich den nicht ganz verstanden hab, halt. Ich war halt zu blöd, mich einzuladen, das war halt das Problem. So, was wollt ihr rein? Äh, und wie gesagt, das ist halt, wie gesagt, der Bus, den ich jetzt habe, das ist ja im Prinzip ein Diesel-Bus, der hat so ganz ZF-Getriebe. Ist der ziemlich laut? War ist der ziemlich laut? Ja, der Bus. Joa, deiner ist leiser. Und verbraucht weniger. Ja, gut. Ja, gut. Guck mal, dafür verbrauche ich mehr und kann weniger Leute transportieren, ist doch geil. Aber die Frage ist, ob der Bus besser ist. Hybrid ist ja immer so eine Sache, ne? Ja, gut, das ist natürlich... Auf Dauer weiß ich jetzt auch nicht. Wir haben ja in Hamburg hier Volvo-Busse. Die kannst du in die Tonne kloppen. Das war aber auch irgendwie von Anfang an klar. Das kann nicht gut gehen, wenn man Volvo-Busse kauft. Ja, aber wobei ich... Mann, da war mal irgendwas. Das finde ich cool hier, der sitzt im Gelenk. Was für ein heißes Deck von Volvo? Hybrid, keine Ahnung, eh-hybrid. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ach, ich muss mal googeln. Oder vielleicht kennst du denn sogar. Nicht von der Hochbahn, HVV. Ich kann sein, dass ich so einen schon mal gesehen habe. Der ist so hässlich auf dem Dach oben. Äh, meinst du jetzt die Busse in Hamburg generell, oder meinst du jetzt den Hybrid-Bus? Ne, den Volvo. Aber mittlerweile haben wir auch ein oder zwei immerhin Busse. Ich war ja damals bei der... Hat der mich gerade da in den Anberg? Das war doch so eine alte. Das ist auch meine Altersklasse. Äh, was? Wir haben auch immerhin Busse. Bei euch fahren sonst immer so viele Zitaros rum, ne? Ja, ich weiß. Aber die 0530er. Musiker. Was für die welche? Der sagt schwer. Welche denn? Die 0530er. Ja, ja, welche denn? Die neueren oder die alteren? Ne, 0530 ist auch dieser... Ja, ja, es gibt aber auch Facelift, oder? Ja, der Facelift, der heißt ja, aber nicht mehr O530. O530, Zitaro Facelift. Ne, ja, ne, wo warst du eigentlich denn nur Zitaro Facelift? Aber davon habe ich auch einige gesehen. Als ich das... Wann war ich das jetzt mal Hamburg, du? Ja, wir haben, wir haben alles in Zitaro Scales. Neue Altenmethoden. Aber die ganz neuen Fündchen... Ich finde die eigentlich schlechter, aber ich finde das Cockpit so ein bisschen Gewöhnungsbedürft. Ich finde, ehrlich gesagt, die Hamburger neuen Busse sind richtig geil. Mit leuchtenden Knöpfen und richtig geil sitzen. Schon ziemlich erotisch. Erotisch? Ja. Was man nicht alles für Emotionen versteht, wenn man klein liegen, den Bus einsteigt, ne? Nein, aber... Nimmt schon ganz kurz. Und ich habe verspätet euch. Befriedigen die dich in deinen Erwartungen, oder? Ja. Aber das ist ja toll. Ne, aber Timo, bist du denn gerade? Ich bin bei Jackson and Franklin. Alter, die haben nichts, immer nur Namen. Was geht der 5 oder oder jetzt war ich hier ums. Ja, das dachte ich mir auch gerade, was ist hier eigentlich los? Also irgendwas ist hier gerade generell ganz im Argen. Hier sind überhaupt keine Haltestellen, hier sind nur Namen. Und ich habe keine Verspätung mehr. Ich muss jetzt hier rechts ab... Bist du hier schon rechts abgebogen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe... Wie viel Verspätung hast du denn? Also du hast ganz jetzt... Ich habe 7,6 Minuten... Was habe ich? Verfrühung. Nein. Verspätung. 7,6 Minuten. Ja. Das geht doch gar nicht. Halt, ich glaube, ich weiß, woran das geht. Das kann nämlich sein, weil ich die Fahrroute... äh, den Fahrplan nochmal neu angenommen habe, um herauszufinden, welcher Umlauf das ist. Äh, denkt der immer noch, ich möchte jetzt nicht an der ersten Haltestelle halten. Und das ist jetzt die Verspätung für die erste. Na, welcher Stelle müsst ihr denn überhaupt? Äh, die nächste ist... Äh, Clark van Brun. Jason... Nee, Jackson entwicklen... Was? F-F-F-Neck-Kiel. Financial. Oh, das sind echt Städte. Und ich könnte wieder die Ohren rausreißen. Und damit ich dann besser... Die besten Namen waren in... Da hat ich eine Aufnahme gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie die Map hieß. Traurig an. Nee, halt, ich glaube... Spring ins Kling oder was? Genau, ja, genau. Winselburg. Genau, wo du es gerade sagst. Winselburg. Das funktioniert ja leider nicht bei mir. Was? Die Map? Ja. Ja, äh, dann bleibst du wenigstens von diesen ganzen Namen verschont, ne? Ja, ich finde, der bei Gladbäcker ist eigentlich ganz cool. Und die haben irgendwie... Pff, ich glaube, es gibt schon wieder eine neue Version. Da gibt es alle zwei Minuten. Aber Winselburg ist auch eine extrem schöne Map, also... dass alles hier ja nicht geht. Ja. Wie viele liegen in den Herzen den Stein? Ich glaube, 6 oder 8. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja... Alter, was macht der denn? Oh Gott, wir verhindern. Der zieht einfach rein, direkt vor meinem Bus. Der hat sie wohl nicht mehr alle. Die sind echt lebensmütig. Ich bin der Vollkarte reingefahren. Ich hab... Statt... Äh, Tim, 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 ich höre dich nicht. Leeeex. Ich kann dich leider nicht verstehen. Der ist schlecht. Jetzt verstehe ich dich. Es ist schön, dass wenn du meine Stimme nicht hörst, ist das ganz schlimm. Aber wie eine Roboter. Weil meine Stimme nicht hörst, ist das ganz schlimm. Der ist auch wichtig, oder? Meine Stimme ist auch nicht schön, wie es gibt, oder? Ja, klar. Das sowieso dann. Ja, daran habe ich nie gezwertet. Nee, in die Nase. Ich weiß, es gibt so viele Leute, die man mir in Arsch riechen, so groß ist mein Arschloch gar nicht. Ach. Der war auch gut jetzt, ne? Jetzt vorhin war aber besser. Ich lasse stark nach, ne? Ja. Ja, es passiert. So, äh... Ungefähr, ein bisschen weniger als die Minute ist noch, dann solltest du langsam in Alarmbereitschaft gehen. Oh, oh, oh. Ich habe mir gar nicht den Timer gestellt. Also, äh... Aber du weißt, ich denke, ich gehe immer mit. Das ist wirklich sehr höpflig von mir. Können sich erstmal ein Bier trinken, acht Stück. Da kannst du jetzt ein Bier im Ofen backen. Also, es ist genug. Cocktail in die Nase ziehen. Wie viele Minuten sind es vergangen? Ja, es ist noch 15 Sekunden, dann können wir langsam an mein Ende denken. Das heißt, dann sind wir bei? Äh... Dann sind wir bei was? Bei wie vielen Minuten? Ja, 1430. Okay, ich bin hier in einer Haltestelle, dann würde ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, genau, jetzt ist es soweit. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Jo, ciao.